Ich will nicht wissen, wie viele Hühnern wir da drin haben. Wenn ich das aufmache, dann haben wir eine Hühnerbombe. Ohne Zweifel. Ohne Zweifel. Ja. Komm. Fresst. Federvieh. So, und gleich höre ich's Zwischen hinter mir, ne? Wahrscheinlich. Ich bin bald Level 30, ne? Immer bei Level 30, hier stand also. Dann enchant ich meinen nächsten Bogen. Nee, 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 Spitzhacke, Spitzhacke. Falls die scheiße ist, kann ich sie nämlich gleich verwenden. Ich trau mich nicht, das Ding aufzumachen. Ich bin sicher, ich springe dann raus wie so räulige Hunde. Komm, komm, komm. Wir tun's, wir tun's. Okay, dann müssen wir noch ein bisschen runter. Nix passiert. Hier können wir keine... Ah, hier können wir... Nee. Und ich hab nix zu markieren da, das ist ja... Oh. Ich könnte einen Ofenkartoffeln hinschmeißen. Das wundert mich jetzt. Ich kann auf einmal nicht mehr so viel Love verteilen. Ja. Ja, die haben irgendwann Popo-Schmerzen eben. Ja, aber ich hab noch 40. Vom ganzen Popo-Sex. Alter, wir kriegen automatisch... Ähm, Federn und so ein Zeug in den Arsch geschoben. Alter. Ich weiß nicht. Anscheinend automatisch verlieren, oder was? Äh, nee, um drum auf einmal... Äh, liegen... Liegen, äh, auf einmal irgendwie so Federn und, ähm... Und Stuff. Alter, wie viele Eier wir haben! Alter, wie viele Eier wir haben! Nicht mal mehr zwei! Ah, da verrecken mega viele, glaub ich. Frage des 1000. Wieso heuerliche Dungeon-Geräusche? In Nether? Ah, weil mein Gott ist eine Bitch für dich! Lol, ich... Alter, ich krieg die ganze Zeit irgendwelche Objekte zugeworfen. Na? Naja. Weißt du was? Was willst du mir sagen mit deinem Husten? Ich hab den Dispenser gefüllt. Er ist ganz voll. Mit Eiern. Mit Eiern. Ja, können wir auch mal ein paar Eier braten. Hm, wir brauchen echt ein paar Sachen, die man mit Eiern machen kann. Alter. Der ist, äh, äh, Maximum voll mit Eiern. Mal sehen, ob das sich... Durchhalts 33 Quarz bisher, ey. Bloß sag ich dazu nur. Bloß! Ich merke die ganze Zeit, da sterben Hühner, da sterben Hühner. Ich hab jetzt... Aber vielleicht lieber Produktion zu viele machen, die irgendwann denken, sie so... Ja, daran liegt's... Nein, 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 ich glaub daran liegt's, aber das ist auch gut. Weil, ähm... Ähm, 33 Federn gekriegt. Und ich krieg grad noch mehr. Die hat... Oder... Naja, das liegt am Texture Pack. Alter. Ich kann hier außen rum... Ähm, rumlaufen und farmen die ganze Zeit. Ich glaub, die Eierfarm ist zu klein. Soll ich die schnell vergrößern? Ist die Eierfarm zu klein? Ist ein Hodensack zu klein. Äh. Reime, die auf gleiche Reime enden, sind nicht geil. Okay, dann... Sind die Eier zu viel? Ist dein Eiersack zu klein? Reime, die sich nicht reiben, sind auch nicht geil. Doch! Ich war jetzt ein bisschen nether... Ähm. Äh, äh, ein bisschen sand. Also ich glaub, wenn die Truhe voll ist, eröffne ich ne zweite... Ne zweite Farm, ne größere. Weißt du, was eigentlich total ekelhaft wär und total fies... Wies wär... Inzest. Wenn... Soul Sand... Wenn du umgeben bist von Soul Sand... Von fünf Wänden... Plötzlich hinter dir ne Soul Sand Wand auftaucht und du stirbst. Inzest. Instant mein ich. Instant Inzest. Weißt du, ich hab immer Schiss, wenn ich aufs Soul Sand rumlaufe. Weil man eben so extremst langsam ist erstens. Hm. Weil sie bei meinem Texture Pack auch noch ne Bewegung drin haben. Ich hab keine Schaufel. Endlich merke ich's. Warum hab ich keine Schaufel? Alter. Weil... Deine Mutter. Weil Baum. Komm, was auch sagen. Ich brauch einen Stick. Einen Stick of Truth. Und Johnny ist raus. Tschüss. Da fällt mir grad ein. Leute, ihr seht ja grad, wenn wir nur Teamspeak... Ach, ich bist doch so ein Bob. Was die Musik angeht. Hä? Was? Wieso? Hä, wie? Ich hab ein Hör ja nicht gepeilt. Ihr seht nur Teamspeak, was die Musik angeht. Ähm, ja. Ich hab ein extra Banner, wo die Musik angezeigt wird, welche Musik grad bei mir läuft. Und... Ähm... Das gefehlt. Da war Teamspeak drüber. Da war Teamspeak drüber. So, ich muss bei mir... Ich muss sagen, meine neueste Taktik zum Abfarmen in Nether ist echt genial. Irgendwie total bekloppt, aber sie funktioniert. Ich mach jetzt ne neuere, fettere Eierfarm. Da hast du immer noch ein paar Eier. Wir können immer noch ein paar Eier braten. Taktik geht dann weg. Und... Hört sich auf... Nicht, dass ich das jetzt hier plante. Okay. Das ist mir wieder meine neueste Eierfarm. Meine neue Farm-Methode für Nether. Das ist... Total bekloppt, aber sie funktioniert. Ne, das muss bleiben. Na. Das ist nämlich der Floor, wo die drauf sind. Und dann am Ende hier kommen dann die... Die Däne hin. Dann können die auch nicht verrecken. Scheiß Hühner. Scheiß Hühner. Scheiß Hühner. So. Wenn ich den jetzt hier hinplatze... Was geht der? Ah, zu weit. Und schon ist es wieder da. Nein. Nein, das wird gleich Popo-Fick. Will ich nicht. Will ich nicht. Gibt's nicht. Nein, ich hab keine Spitzsacke mehr. Dieser Mega-Abfahrkug 10. Und du musst wissen... Ich bin jetzt auf dem Turm aus Nether-Rack. Na gut, zum Glück nur Nether-Rack. Das kann man halbwegs noch abbauen. Der Axt. Man kann ein Nether-Rack mit einer Axt abbauen. Und Nether-Quarz, kommt da was raus? Also es ist offiziell, die Äxte sind verbuggt, wenn sie nicht auf etwas angewandt werden, was man nicht mit einer Axt abbauen sollte. Warum? Was passiert denn? Setz dich zurück. Außer bei Nether-Rack. Da bleibt's einfach. Okay. Das ist echt die Beste. Bäume beißt ich, weil du brauchst einen Baum ab. Ja, bei mir geht das auch nicht. Bei mir geht das auch nicht. Bäume, Bäume sind bei mir auch verpackt. So, wir brauchen vier von denen. Oh. Oh. Ah, was mach ich? Ich hab hier grad einen Slime gehört. So, wir verschwenden mal wieder unser Eisen. Hallo Kinder und willkommen zur Verschwendung mit der Maus. Heute verschwenden wir... Mäuse. Nein. Mäuse. Heute verschwenden wir das gute alte Bier. Einfach aus dem Fenster kipp. Mäuse. So. Jo, hallo Kinder und willkommen zurück zur Verschwendung mit der Maus. Heute verschwenden wir... Geld. Nimmt Geldschein, verbrennt ihn einfach. Ja, Kinder, das könnt ihr immer, wenn ihr wollt, nachmachen. Ist auch ganz gesund. Eure Eltern werden euch dafür auch nicht töten. Sollten sie zumindest, wenn sie gute Eltern sind. Hä? Ach, ich brauch nur vier Stück. Oh, die Blöde. Weißt du, es ist so heftig. Ich krieg nur zehn Netherquards raus. Aus meinen vierzig, äh, vierzig, die ich hab. Das Wetter ist voll schön. Voll der Arsch. Ist bei dir auch alles in Ordnung. Oh ja, ich muss die Kiste lernen. Hast du noch Netherquards? Wenn ja, dann gib her. Nee. Hier könnte ich auf der anderen Platz mit dem Netherrack arbeiten, aber das sieht scheiße aus. Oder ich baue einen Strang aus Soulcent aus wie so ein Gaudi, weil ich fies bin. Du weißt schon, wenn du Hilfe brauchst, kann ich dir auch gern helfen. Äh, nö. Okay. Kennst mich, ich bin faul. Brauchst keine Hilfe. Avira nervt, Avira nervt. Der Sack. Der Sack. Brauchst keine Hilfe, hab ich selber schon gekauft. Oh, gut. Jetzt hab ich fünf Eisenspitzhacken, die sollten, glaub ich, reichen, oder? Ach, ficken. Ach, deswegen hab ich das gemacht. Aha. Kann ich mal dumm, Nico. Ist voll intelligent. Das heißt intelligent. Intelligent. Intelli-klug. So, ich baue jetzt hier meinen ohrlichen Weg nach unten. Immer, musst du recht haben. Ja, muss ich. Wenn das auch mal aufgefallen ist. Zack. 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 Gib mir mal magic stuff. So, ähm, ich töte gleich alle unsere Hühner, ne? Woll ich helfen? Ne, ne, obwohl, ne, ne, ne. Eigentlich nicht. Ich warte noch ein wenig. Warum hast du bei mir eigentlich einen Skin? Äh, weiß ich nicht. Glaub nicht. Das haben viele, aber momentan keinen Skin. Wieso, funktioniert? Ach, strong. Ne, ich seh, ich hab bei mir einen Skin, ja. Ich hab bei mir einen Skin, aber du hast bei mir keinen Skin. Okay, dann ist es einfach nur das. Minecraft. Ja, du siehst mich doch gar nicht. Weil es die Engine so will. Du siehst mich doch gar nicht. Ähm, ich kann von meinem Turm aus mit zoomen. Achso, okay. Kannst du die Fallen zoomen? Ne, kenn ich nicht. Kenn ich nicht. Ich trau dich gerade. Komm, mach weiter so. Du bist voll heiß. Und Leute, er macht mir keine Angst. Das parkiert mich. So. Ähm. Hm. Alex? Was? Willst du mir vielleicht helfen? Ach, jetzt braucht er doch Hilfe, der kleine... Ne, obwohl, ne, eigentlich brauche ich keine Hilfe. Aber ich glaub, ich glaub, mein, mein Schwert wird drauf gehen. Weil ich kann nicht einfach... Boah, Alter, seht ihr die ganzen Hitmarker? Ja, komm, ich hau mein Schwert einfach drauf. Ich kann die ganzen Hühner noch nicht töten. Das ist ja viel zu eklisch, viel zu asozial. Egal, die Hühnerchen. Oh. Ah. Hühner. Hühner. Uns, uns, yeah. Hühner. Ach, komm, wir machen mal so. Eindeutig einen besseren Weg von da oben nach unten. Los, levelt mich. Drecksdinger. Ich brauch. Mach's nur da. Ne, ne, muss nicht slayen. Musst nicht. Wir lassen uns doch am Leben. Wir können uns Eier bringen. Alex! Ich will auch Pikes P haben! Wie kommst du da jetzt raus? Oh mein Gott, so viele Hühner! Ah! Tötest du die gerade alle? Alex, nicht alle töten! Alex! Ich tötest du da und ich hab grad fast... Ich töte nicht alle! Nur ich muss sagen, unsere Dinger ist sehr uneffizient, da die Hälfte der Hühner einfach nach da hinten gepusht werden. Ja, warte, ich will die Hühner umleiten. Also, soll ich dir aufmachen? Dann leit die Hühner um und lass mich hier raus! Sonst kill ich die Hühner gleich. Komm, da. Ähm... Wow, 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 wow! Hühner töten! Das ist jetzt, glaub ich, ziemlich scheiße, ne? Alter! Alter! Bleib drinne! Ja, Block ist wieder drin. Äh, ja, die kannst du alle töten. Wuhu! Hühner töten! Wo ist die Lava? Nein, nein, keine Lava, keine Lava. Wo ist die Lava? Wo ist die Lava? Meine XP! Meine XP! Meine Keime! Ähm... Die hab ich vorher abgeschleckt. So. Ich hab mit denen immerhin gebadet. Wie viele Eier hast du? Wie viele Eier hast du? Moment! Eins! Was? Und mit denen in meiner Hose mitgezählt zwei! Was? Hä, warum hast du so wenig Eier? Weil ich... Du bist doch voll reingeflogen. Nein! Ach, ich brauch... Ich brauch Dirt. Dirt, Dirt, Dirt. Hast du... Hast du Dirt? Ja, einiges. Oben bei meiner Burg. Gut, ich brauch ein wenig. Mit wenig mein ich viel.